So, da bin ich wieder. Medley3000 hier. So, wir spielen weiter UFO Alien Invasion. Zur Zeit sind wir in Bratislava auf einem Braunhof. Und die Halunken bringen hier die ganze Zeit Zivilisten um. Das gibt's doch nicht. So, geh mal vor. Irgendwo war hier einer? Ja? Was heißt irgendwo? Da ist er. Okay. Nächste Runde. Hoffentlich. Ist der dran. Mal sehen, ob mein Scharfschütze den erwischen kann. Das wär natürlich super. Ja, er sieht ihn. Ach, schade. Daneben. Okay, zurück. Da, los. Das ist nicht so dritt. Und jetzt ist er. Das ist der dritt. Ja, ok, dann bin ich durch und gebe ab. Ok, die haben mich entdeckt hier, so, wo bist du, wo ist er hin, wo ist er hin, wo ist er, 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 Ja, ich muss sagen, bis jetzt Raketenwerfer ist bis jetzt die beste Waffe. Also ich glaube, ich habe am meisten Kills mit der gemacht. So, dann soll der mal hier aus dem Loch hier rausschießen, dann mal sehen, ob wir den Burschen da erwischen. Ja, haupte ich hin, so. 82 Prozent, ja. Ah. Grrr. Na gut, dann vielleicht mit einem MG. Ich krieg die schon noch. Ja, dann würde ich sagen, möchte ich hier mal reinschauen. Das war auch mal die Pistole. Nehmen. Hm, hm, hm. Und dann gebe ich ab. Er schießt da. So, so. Hast du dir gedacht? Nein. Nein. Zwölf Zeiteinheiten. Kann er sich noch zurückziehen? Moment mal. Augenblick. Ich brauche... Zwei... Ja. Müsste klappen. Also nochmal, jetzt. Komm. Hat ihn. Oh. Das war's schon. Okay. Und es gibt wieder Geld zu verdienen. Ja. Oh, oh. Schaut mal. Die europäische Vereinigung ist begeistert von uns. Hahaha. Das sieht man gern. Ja, dann würde ich sagen, kriegt das UFO, kriegt Afrika. So. Haben die auch mal was zu erforschen. Und es geht zurück. Ähm, hatte ich ihn verletzten? Äh, war... Doch, ich hatte einen, oder? Nee. Okay. Ähm. Ich wollte nochmal schauen. Nach den Raketen hier. Hab ich noch. Okay. Und wie sieht's aus mit der Produktion? Ah. Die Lasergeschütze für meinen... Meine... Abfangjäger werden gebaut. Sehr gut. Okay. Weiter geht's. Ach, schon wieder? Findet ihr das nicht ein bisschen übertrieben? Langsam. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? UFO. Fliegt wieder zurück. Ah. Haben sie sich's anders überlegt. Na dann. Signal verloren. Ah, da kommt schon... Vielleicht das nächste. Ja. Abgeschossen worden. Nein. Nein. Wieder ein Jäger verloren. Das wird langsam ganz schön teuer. Na ja. Ich sag ja. Wir brauchen bessere Waffen. Nein. Ja. Wir brauchen... Wir brauchen... ... ... ... ... ... ... Das sind Piloten. Und jetzt muss ich sie auch noch einbauen. Das da rein. Hatte ich nicht auch ein Zielcomputer gekauft? Ach, es gibt keinen, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist wieder so ein schnelles, oh oh. Das heißt Terror-Mission irgendwo. Das geht hier aber wirklich Schlag auf Schlag. Terror-Mission, habe ich es nicht gesagt. Und jetzt schon wieder. Ich lasse die mal sausen. Und die nächste Terror-Mission. Und hier hatten wir auch schon mehrere. Oh, Zeit ist schon wieder rum. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss.